Das sind ja nicht wirklich viele individuelle Sachen, die er jetzt für sein Haus haben möchte. Deswegen gucke ich jetzt einfach mal, wie wir das jetzt hier gestalten für ihn. Das würde dann zu ihm für ein Bett passen. Also ich verwette, die meisten von euch bedienen jetzt hier auf das hier, auf das Designerbett. Also die natürlich auch sehr stetisch und modern wirkt. Die Luftlampe behalte ich auch im Hinterkopf. Und da muss ich mal gucken, wie ich das jetzt hier gerade mache. Ich kann das ja hier so. Und dann kann ich da so einen kleinen Nachttisch daneben stellen. Ich muss mal gucken, ob ich das jetzt gemischt mache oder wie. Ich denke mal, so ein Teppich in der Mitte wäre eigentlich auch ganz nice. Man kann hier so M. Und mal so in die Mitte. Ich meine, das ist ja auch nett, ne? Ich bin auch mit dem Teppich und kann man auch, muss ich mal gucken, auch gut heimald aufteilen. Ähm, wenigstens optisch. Ich muss das so irgendwie noch machen. Aber so ist es gerade eigentlich gar nicht mal so schlecht. Gut. Ähm, ich brauche auf jeden Fall noch einen Beistelltisch. Ich würde eigentlich am liebsten vielleicht doch den Schachttisch nehmen. Wobei natürlich auch logischerweise der Sender-Tisch am ehesten jetzt als Nachttisch passt, ne? Da kann man natürlich auch, ups, am ehesten jetzt auch die Lampe draufstellen. Das ist dann so voll Bäm, 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 Bäm. Das ist doch Bescheid. Das ist Bäm, 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 Bäm. Ah, ich lasse mal hinlegen. So. Es scheint auch sehr musikalisch zu sein. Also, also die Bassgitarre oder die Normalgitarre, ich kenne mich ja nicht so aus. Muss auf jeden Fall mit dabei sein anscheinend. Also, können wir auch gucken, dass wir so ein bisschen mit einer Anlage oder, ja, wir hätten auch so musikalisch mit Anlage und Musikinstrumenten ein bisschen aufpacken können. Gucken wir mal, was haben wir denn jetzt hier noch so ein schönes Regal? Gucken wir mal, ich kann es notfalls wieder wegtun. Das ist hier so ein bisschen meh. Gucken wir mal, wie wir das dann anordnen. Ich stelle es erstmal rein. Lieber man hat, dass man hätte. Hier kann ich hier eigentlich auch was draufstellen. Geht das? Ups. Das geht nicht. Ach, dann weiß ich nicht. Dann möchte ich es lieber nicht haben, wenn ich es draufstellen kann. Aber ich liebe, dass man dann eine zusätzliche Ablagefläche hat. Muss ich mal gucken. Das ist ja ein Regal. Das ist ja auch ein Regal trotzdem noch, ne? Und das ist ein Tisch. Das sieht eher aus wie ein Tisch. Also steht das Regal da. Was scheint eher ein Tisch drin zu sein? Na, gucken wir mal. Ups. Mal gucken, wie ich das hier mache. Oder mal da. Was ist das mal kurz? Ich schmeiße den mal kurz weg. Und nehme den mal. Ja, den. Mal in der S. Und gucken wir, wie groß er da ist. Könnte ich ja zum Beispiel jetzt hier auch so nur die Schlafecke einfärben. In Anführungszeichen. Das ist halt, ich finde das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Mir gefällt das sehr gut. Ähm, ich könnte auch. Mir fällt gerade ein, ich kann ein bisschen rumexperimentieren. Ich kann ja den nochmal neben den Teppich und kann das so machen. Versteht ihr? So ein bisschen Schachbrett-artig. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt hier in dem Fall das Richtige wäre. Ja, das ist schon schwierig. Nee, ich glaube eher nicht, ne? Eher nicht. Es gibt bestimmt, ähm, Wohnungen, wo das gut passen würde. Aber in der jetzt, glaube ich, gerade eher weniger. Dann gehe ich mal wieder zurück. Back to the roots. Das ist ja das Thema auch. Für ihn. So. Ähm. Hm. Ähm. So ein Radio ist schon nice, ne? Aber so eine Anlage. Ich meine, es gibt irgendwie auch eine Designer-Anlage. Aber Hi-Fi, High-End, Golden-Anlage. Würfel-Anlage. Und das sind auch alle Anlagen. Doch, hier ist die Designer-Anlage. Doch, was gibt es eine Designer-Anlage? Hm. Was nehmen wir da mal? Okay, Metal. Oh ja, komm, das passt. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Kann ich ja eigentlich auch hier draufstellen. Ja, das geht sogar. Kann man auch Musik hören. Fetzige. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Oh Gott, okay, gut. Was haben wir denn hier sonst? Digitalbilderrahmen. Quasi, ähm, sowas wie ein Digital, also ein Tablet-PC. Ja, das ist eindeutig schon das irgendwelche Windows-Backgrounds oder so. Ähm. Hm. Nee, komm, schluss, lass mal wieder zurück. So. Gucken, wie man das hier noch so ein bisschen musikalisch und modern aufpeppen kann. Ich belege auch gerade ernsthaft, ob ich jetzt hier noch so einen Fernseher reinbauen soll. Jetzt hier. So. Boah, Alter, das ist ein übelst riesiger Fernseher. Wow. Den kann ich ja hier zum Hinschmeißen. Ähm. Dann kannst du so ein Bett liegen. Dann kannst du entweder so durch die Seite legen und Fernsehen gucken und dann spannst du so total geil, Heavy Metal. Versteht ihr? Das ist schon sehr praktisch. So, aber ich muss mir das jetzt mal so überlegen. Und wenn du ganz viel Bock hast, spielst du einfach nur runter auf deiner Gitarre. Huch. Ja. Ich denke, das ist so ganz nice. Ähm. Nicht gerade vielleicht das Kreativste, aber es gefällt mir so sehr englisch sehr gut. Ich bin gerade aufgeschafft, den Teppich auch nicht perfekt mittig, ne? Ich hab den so ein bisschen nach unten versetzt. Aber ich glaube, das ist gar nicht mehr so schlecht. Oh, ich liebste manchmal da mit barfuß gerade rüberlaufen. Das sieht mega flauschig aus. So, okay. Gucken wir mal noch weiter. Ja. Ähm. Ich glaube, ich mach hinten so einen Sanitärraum, also wo man kochen als auch aufs Klo gehen kann. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ich gehe nicht. Oder vielleicht lasse ich das erstmal. Ich guck mal noch. Ähm. Also. Vielleicht auch so eine Wäsche aufhängen. Scheiße, dass man das nicht so verschräg stellen kann, ne? Huch. Jetzt haben wir schon getreht, aber was glaube ich mir nicht für eine Scheißegal ist. Boah. Mit fetziger Hose. Seht ihr das? Na, mal gucken, ob ich das hängen lasse. So, die Socken. Für die Wehen. So, yeah. Ich bin ein geiles Paar Socken. Hihi. Okay. Ähm. Gucken wir mal weiter. Hihi. Hm. Oh. Ah. Es gibt verschiedene Menschen. La, la, la. Guck mal, wir haben ein bisschen bei Dekorsachen. Ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt so geil auf Pflänzchen ist. So eine Kaffeemaschine wäre eigentlich auch geil. Die können wir nicht oben eh Badrei machen. Lass mal das mal lieber. Wir gucken mal hier. Eine Metal-Gitarre. Kann man die... Ist ja geil, wenn man... Ne, es geht nicht. Schade. Stell ist... Ich weiß nicht. Es wirkt so... Ich glaube, ne. Vielleicht ist das auch nicht richtige Musik für ihn. Ich bin mir gerade gar nicht mal so sicher. Ich guck mal. Huch. Vielleicht doch was anderes. Soul. Er wirkt ja mit der Gitarre... Also er wirkt schon so ein bisschen rockig, aber nicht so... Bäh. Mäßig. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube nicht. Swing. Auch hier ein Song. Cruisen. Weitlichtung. Ach so, Kuchen. Nein. Ich bin ja einfach Rock. Das ist der Standort, ne? Ja, komm, bleiben wir beim Metal, ne? Okay, bleiben wir doch beim Metal. Natürlich ist jetzt die Sache... Es ist natürlich auch wieder die Mitte vom Raum so extrem leer. Das sind ja so Sachen, die mich sehr stören. Aber manchmal kann man da auch nichts dagegen tun. Ähm, ich guck noch mal ganz kurz. Ob ich jetzt hier vielleicht noch... So ein paar Dekore-Elemente brauch ich auf jeden Fall noch. Das ist halt... Das ist klar. Ähm... Jetzt hier... Aber von den Sachen hier wird's wohl nichts werden. Guck mal mal hier. So eine Barockpuppe vielleicht. Ähm, nein. Auf Obst stehe ich jetzt hier gerade nicht so. So... In dem Fall ist ich bei dem Kuchen... Das hier wollte ich eigentlich, ne? Das war auch sowas. Da steht er auch drauf, ne? Auf diese blöde Ballon... Hundenlampe. Die überhaupt nicht reinpasst zum Rest. Aber... Hups. Hups. Ich hab jetzt irgendwie... Ich glaube, es ist wieder richtig, ne? Jetzt ist das hier falsch rum. So. So. Ich weiß nicht, warum auf diese Ballonhundlampe steht, aber sie muss einfach dabei sein. So. Was will er denn noch so haben? Das hat er, das hat er, das hat er. Ähm, wir bekommen das hier auf jeden Fall, ne? Das ist das fetzige Hemd. Das können wir direkt übers Bett hängen. Was haben wir da? Was machen wir denn noch so? Ähm, diesen Regenschirm. Den können wir für mich aus ja auch noch irgendwo hinstellen. Ich weiß noch nicht genau wohin. Den können wir ja... Der ist ja... Vielleicht ist er ja gerade von draußen reingekommen. Von draußen regnet. Und hat ihn jetzt erstmal hier so hingestellt, damit er trocknet. Das ist jetzt hier so meine ultimative, äh, Interpretation, warum jetzt da unbedingt ein Regenschaum stehen muss. So, ähm... Ist das hier eigentlich auch an der Wand? Ist das an der Wand? Nee, das ist nicht... Okay, da ist das an der Wand. Okay. Ähm, eine Absperrkette. Da steht ja auch vorher drauf. Also so das Absperren von Dingen anscheinend... Oh, ist wirklich sehr kettig. Es scheint volles ein Ding zu sein. Inzwischen ist die Frage jetzt... Was kommt jetzt hier in die Ecke noch rein, ne? Guck mal mal. Hm. Oder überlege ich schon, lege ich gerade, was ich da reinstellen könnte. Da fällt sich jetzt sowas auch geil, ne? Was ist das denn? Was bist du? Eine Skorpionlampe sieht eigentlich auch gar nicht mal so schlecht aus. Die ist auch fetzig, ne? Aber ich weiß nicht, ob die jetzt da hinten noch in die Ecke so gut reinpassen würde. Hm. Nee. So ein Goldfisch vielleicht und die Geräute. Nee. Das ist echt schwierig, ne, Leute? Vielleicht schon sowas zum Hinsetzen oder so. Ich weiß noch nicht. Gucken wir mal noch durch. Hier sowas? Ich weiß nicht. Vielleicht doch so ein Klo. Um was zu bügeln. Vielleicht möchte der Rocko ja oder der Musiker ja etwas bügeln. Dann weiß ich es nicht so genau. Nee. Nee. Und hier, das ist jetzt... Nur Klamotten, ne? Nee, 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 nee. Das ist jetzt... Das ist so schwierig, Leute. Ähm, quält mich doch nicht so. Oh, vielleicht hier so irgendwas? Hm. Eine Tablettrückgabe, ein Viererspind. Das ist alles jetzt nicht so, ne? Wo ich jetzt denke, das braucht jetzt unbedingt der gute Herr. Ganz und gar nicht. Das macht mich gerade ein bisschen wahnsinnig. Gibt's denn hier nichts Gutes? Dann mach ich einfach so eine Sitzecke hin. Ich meine jetzt scheiß drauf. Ähm, ja gut. Dann mach ich jetzt eine Sitzecke hin. Ähm, die Frage ist jetzt natürlich... Ähm, was nehme ich für einen Stuhl? Ja, vielleicht sowas in Astro-Stuhl ist eigentlich auch ganz nice, ne? Den kann man ja auch umfärben. Oder wir nehmen das hier, ne? Ich liebe den ja auch. Der ist besonders chillig. Aber ich glaube, jetzt hier passt der Astro-Stuhl gerade besser rein. Ähm, den kann ich ja umfärben, ne? Ja, natürlich. Ähm... Schwarz und Rot. Und Blau und Schwarz. Natürlich. Oh. Da kann er ja vielleicht... Ja, noch ein kleines Tischchen davor, ne? Hm. Nehmen wir gleich noch ein kleines Tischchen. Irgendwas, was gut passt. Äh, nein. Da wollte ich jetzt nicht hin. Ähm. Hm. Schauen wir mal. Hier. Ja, jetzt könnte ich mal wieder den hier nehmen. Aber das ist ja jetzt wieder zu viel. Gibt's ein Astro-Tischchen? Nicht, ne? Metall-Beistell-Metal-Beistell-Tisch oder so. Kann man auch umfärben. Gibt's noch einen Schwarz? Grun, Blau, Orange. Oh. Gibt's sogar auch einen Schwarz? Uh. Kann man dann hier so... Kann man sich so echt... Hier dann so hinsetzen. Was natürlich jetzt gerade nicht geht. Aber es würde gehen. Rein theoretischerweise. Ich könnte natürlich jetzt auch... Hallo. Bitte gerne. Danke. Wenn ich weit reinkomme, dann ist das hier noch ein bisschen abgetrennt. So. Okay, gut. Was stellst du denn hier mal drauf? Irgendwas zu lesen vielleicht? Ich gucke mal. Boah, wo war denn das ganze Lesezeug und so, ne? Wo war denn meine Quietsche-Ente? Ich vermisse gerade meine Quietsche-Ente. Quietsche-Ente. Ich will jetzt nicht reinmachen. Das ist jetzt Blödsinn. Aber... Wo waren denn die ganzen Lesesachen? Ich bin gerade direkt hier. War das hier? Hier ist jetzt das Obstzeug. Das. Hä? Wo waren denn... Wo sind denn die ganzen Bücher und so? Bin ich blind? Das ist jetzt ja allgemein zum Haus, ne? Ja. Ich glaube, wir müssen das zurechtfinden. Ja, das müsste ja hier irgendwo sein. Hier vielleicht. Das sind ja hier grundlegende Möbel. Und keine Dekorgegenstände. Also wenn, dann ist es ja nicht hier. Hm. Dann müsste das ja eigentlich hier sein von der Sache. Das sind jetzt Pflanzen. Das sind jetzt Nahrungsmittel. Geht's hier gerade mal alles ein bisschen logisch durch. Das hier sind Dinge, Anführungszeichen, Faketzeichen fürs Café. Für Schule. Für, ähm... Krankenhaus. Das sind jetzt Musikgegenstände. Das sind Sachen für draußen. Und das sind Spielzeuge für Kinder. Klobus. Obstblöcke. Hä? Wo sind denn die Bücher und so? Bin ich blöd? Ich find's gerade nicht, Leute. Ich bin einfach zu blöd für das Spiel. Hä? Und hier sind jetzt noch Klamotten. Hä? Hier? Aber das sind doch nur Sachen, die hängen, oder? Sind ja jetzt hier keine Bücher dabei. Nee, das sind jetzt nur Sachen. Ich hab glaube ich gerade irgendwie... ...einen Knoten im Hirn. Ich krieg's gerade irgendwie nicht auf die Reihe. Na gut, ich kann ja hier auch erstmal... Was ist denn das? Das ist eine Rankenlampe. Mhm, 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 mhm. Eine Abzugshaube gibt's sogar auch. Ich bin jetzt auch dafür, dass ich jetzt hier wieder aufhier... Vielleicht die Geräte-Schuppenlampe. Nee, komm, wir nehmen die Kuhgedeckenlampe. Wenigstens etwas. So. Dann stellen wir hier in die Mitte. Unzusparen. Nee, aber ich weiß jetzt... Bin ich bescheuert? Ich finde das gerade einfach nicht. Das sind jetzt die Deko-Gegenstände. Ich möchte jetzt einfach nur zum Beispiel jetzt so ein kleines Buch haben. So, die Ente. Wo sind denn die? Ich bin gerade... Schlagt euch bestimmt gerade ins Gesicht und denkt euch so... Boah, ist die blöd? Aber ich finde es gerade wirklich einfach nicht. Hinten vielleicht? Nee. Ja, nee. Hä? Wie sind denn hier Pflanzen? Lebensmittel? Random-Zeug? Was man von verschiedenen Einrichtungen... Hier. Aber wo ist denn jetzt hier zum Beispiel so der Bücherhaufen und so? Hä? Ich komme gerade gar nicht mal zurecht. Okay. Ich nehme einfach jetzt das hier scheiß drauf. So. Und dann macht er das jetzt eine Notiz, eine Hausaufgabe oder schreibt lyrische Gedichte. Das sind dann quasi so eine kleine Arbeitsecke für ihn. Jetzt habe ich das hier natürlich... Nee. Kommt er rein. Hier kann er arbeiten. So ein bisschen abgetrennt. Und hier kann er sich hinlegen und voll krass chillen. Wird er auf dem Bett so schön Gitarre spielen, Fernsehen gucken oder krass Musik hören. Natürlich ist in diesem Zusammenhang das Wort krass, das Adjektiv krass sehr wichtig. Gut. Jetzt gucke ich noch, ob ich diese coole Sachen an die Wand hängen kann. Ähm. Gemäht habe ich immer noch so das eine. Ähm. Wir nehmen natürlich auch den Metal. Metal, Leute. Metal. Oh Gott. So. Ähm. Ja. Und natürlich auch... Wo ist er? Rock. Darf nicht fehlen. Ist natürlich für das krasse, coole Shit. So neben das Bett. Ähm. Sag ich mal jetzt hier so. Genau. Irgendwann ist mir so schön alles voll. Muss ja sein, ne? Wenn dann richtig. Und eine Uhr. Stimmt. Eine Uhr darf auch gar nicht fehlen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja klar, ich nehme die Designer. Du Urban Uhr. Urban Uhr. Nein, ich nehme jetzt aber die hier. Die Schachwarn Uhr. Einfach nur ein Schuss für die Null. Obwohl es vielleicht auch die Designer-Uhr besser passen könnte. Ich weiß es nicht. Ich habe gerade hier. Was ist denn? Achso. Die Lampe ist hier. Die Lampe ist hier hier hin. So. Gut. Ähm. Die Uhr hänge ich mal hier oben so über die Mitte. So. Hier könnte man eigentlich auch noch was hinhängen, ne? Was hält man denn da mal noch so von lustigen... ...lustigen Spaß hin? Hm. Boah, ich kümmere auch so ein Fernseher an die Wand hängen, ne? Vielleicht auch noch so ein Lautsprecher, dass man da auch Musik hören kann. Ja genau, hier hinten noch so Boxen. Als Verstärker. So. Bam, bam. Tz, tz, tz. Und so. Ich übertreibe ich, glaube ich, gerade ganz schön. Das tut mir leid. Aber hier hinten in die Ecke... Hm. Was ist das? Eine Holztafel. Ne, die ist... Wahrscheinlich nicht so gefallen, die Holztafel, ne? Da behalte ich die einfach mal. Da hat er jetzt drauf reagiert. Wobei die auch gar nicht reinpasst. Warte mal, die Holztafel, die hebe ich mir mal für das Zimmer nebeneinander auf. Weil hier passt das irgendwie überhaupt nicht. Da würde vielleicht auch noch ein Album von KK gut hinpassen. Ich weiß noch gerade nicht welches. Vielleicht hier so ein Bosser? Nö. Oder das hier. Das sieht halt auch einfach geil aus. So finde. Das scheint mir auch gut zugefallen. Hängen wir das einfach hier mal so hin. Ja, ist auf jeden Fall sehr stimmig, ne? Ja, ist es einfach mal so hin. Ja, ist es einfach mal so hin. Vielen Dank.